Wäsche waschen Die Wäsche ist schmutzig. Ich lege die Wäsche in die Waschmaschine. Ich lege die Wäsche in die Waschmaschine. Ich fülle Waschmittel in die Maschine. Ich wähle das Waschprogramm. Ich wähle das Waschprogramm. Die Waschmaschine wäscht die Wäsche. Die Waschmaschine wäscht die Wäsche. Die Wäsche ist sauber. Ich hänge die Wäsche auf die Leine. Die Wäsche trocknet. Die Wäsche riecht gut. Ich bügele das Hemd. Ich bügele das Hemd. Ich lege die Wäsche in den Schrank. Ich lege die Wäsche in den Schrank. Die Wohnung saugen. Ich sauge mit dem Staubsauger Staub. Im Flur ist es sehr schmutzig. Hier stehen die Schuhe. Dann sauge ich im Wohnzimmer. Dann sauge ich im Wohnzimmer. Ich sauge auch das Sofa ab. Hier liegen Krümel. Ich sauge im Schlafzimmer. Ich sauge in der Küche. Ich sauge in der Küche. Der Staubsauger Beutel ist voll. Der Staubsauger Beutel ist voll. Ich werfe ihn in den Müll. Ich werfe ihn in den Müll. Ich lege einen neuen Beutel ein. Ich lege einen neuen Beutel ein. Jetzt kann ich weiter Staubsaugen. Jetzt kann ich weiter Staubsaugen. Zimmer aufräumen. Heute räume ich mein Zimmer auf. Heute räume ich mein Zimmer auf. Ich stelle die Bücher in das Regal. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Die leere Chipstüte werfe ich in den Müll. Auf dem Tisch ist ein Fleck. Auf dem Tisch ist ein Fleck. Ich hole einen Lappen. Ich hole einen Lappen. Ich wische den Fleck weg. Ich lege meine Kleidung in den Schrank. Ich lege meine Kleidung in den Schrank. Meine Jacke hänge ich an die Garderobe. Meine Jacke hänge ich an die Garderobe. Ich wechsle die Bettwäsche. Ich wechsle die Bettwäsche. Jetzt ist mein Zimmer ordentlich. Jetzt ist mein Zimmer ordentlich. Ich freue mich darüber. Geschirr spülen Nach dem Essen spüle ich das Geschirr. Meine Spülmaschine ist kaputt. Meine Spülmaschine ist kaputt. Ich wasche das Geschirr mit der Hand. Ich wasche das Geschirr mit der Hand. Im Becken ist warmes Wasser. Im Becken ist warmes Wasser. Ich gebe Spülmittel dazu. Ich gebe Spülmittel dazu. Nun wasche ich das Geschirr. Nun wasche ich das Geschirr. Ich fange mit den Gläsern an. Ich fange mit den Gläsern an. Zum Schluss wasche ich die Töpfe ab. Zum Schluss wasche ich die Töpfe ab. Ich trockne das Geschirr ab. Ich trockne das Geschirr ab. Ich nehme ein Geschirrhandtuch. Ich nehme ein Geschirrhandtuch. Das Geschirr ist trocken. Das Geschirr ist trocken. Ich stelle es in den Schrank. Ich stelle es in den Schrank. Bad putzen Ich putze heute das Bad. Ich putze heute das Bad. Für die Toilette nehme ich Reiniger. Mit der Bürste putze ich die Toilette. Mit der Bürste putze ich die Toilette. Jetzt ist sie wieder sauber. Jetzt ist sie wieder sauber. Die Dusche ist sauber. Die Dusche ist sauber. Ich brauche sie nicht putzen. Ich brauche sie nicht putzen. Das Waschbecken wische ich ab. Das Waschbecken wische ich ab. Da klebt Zahnpasta. Da klebt Zahnpasta. Ich entferne sie mit Scheuermilch. Ich entferne sie mit Scheuermilch. Das Waschbecken glänzt. Das Waschbecken glänzt. Ich wische den Boden. Ich wische den Boden. Der Reiniger riecht nach Orangen. Der Reiniger riecht nach Orangen. Ich koche für meine Familie. Ich koche Gemüse. Ich koche Gemüse. Heute gibt es Karotten und Erbsen. Heute gibt es Karotten und Erbsen. Zuerst schäle ich die Karotten. Dann schneide ich sie klein. Dann schneide ich sie klein. Ich koche Reis. Ich koche Reis. Ich esse sehr gern Reis. Ich brate Hähnchenfleisch. Ich brate Hähnchenfleisch. Meine Tochter ist Vegetarierin. Meine Tochter ist Vegetarierin. Sie isst kein Fleisch. Sie isst kein Fleisch. Ich würze das Essen mit Salz und Pfeffer. Ich würze das Essen mit Salz und Pfeffer. Auf das Gemüse streue ich Petersilie. Auf das Gemüse streue ich Petersilie. Pflanzen gießen. Pflanzen gießen. Ich habe Pflanzen in der Wohnung. Ich habe Pflanzen in der Wohnung. Sie brauchen Wasser. Sie brauchen Wasser. Ich gieße die Pflanzen. Ich gieße die Pflanzen. Die Blume blüht. Die Blume blüht. Ich gebe den Pflanzen Dünger. Sie brauchen frische Luft. Sie brauchen frische Luft. Ich lüfte das Zimmer. Ich lüfte das Zimmer. Die Pflanze ist gewachsen. Die Pflanze ist gewachsen. Ich muss sie umtopfen. Ich hole einen Topf. Ich hole frische Erde. Ich hole frische Erde. Wäsche waschen. Die Wäsche ist schmutzig. Die Wäsche ist schmutzig. Ich lege die Wäsche in die Waschmaschine. Ich lege die Wäsche in die Waschmaschine. Ich fülle Waschmittel in die Maschine. Ich fülle Waschmittel in die Maschine. Ich wähle das Waschmittel in die Maschine. Ich wähle das Waschprogramm. Die Waschmaschine wäscht die Wäsche. Die Waschmaschine wäscht die Wäsche. Die Wäsche ist sauber. Die Wäsche ist sauber. Ich hänge die Wäsche auf die Leine. Ich hänge die Wäsche auf die Leine. Die Wäsche trocknet. Die Wäsche riecht gut. Die Wäsche riecht gut. Ich bügele das Hemd. Ich lege die Wäsche in den Schrank. Ich lege die Wäsche in den Schrank. Die Wohnung saugen. Ich sauge mit dem Staubsauger Staub. Im Flur ist es sehr schmutzig. Hier stehen die Schuhe. Dann sauge ich im Wohnzimmer. Ich sauge auch das Sofa ab. Ich sauge auch das Sofa ab. Hier liegen Krümel. Ich sauge im Schlafzimmer. Ich sauge im Schlafzimmer. Ich sauge in der Küche. Ich sauge in der Küche. Der Staubsauger Beutel ist voll. Der Staubsauger Beutel ist voll. Ich werfe ihn in den Müll. Ich lege einen neuen Beutel ein. Ich lege einen neuen Beutel ein. Jetzt kann ich weiter Staubsaugen. Jetzt kann ich weiter Staubsaugen. Zimmer aufräumen. Heute räume ich mein Zimmer auf. Heute räume ich mein Zimmer auf. Ich stelle die Bücher in das Regal. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Das schmutzige Glas bringe ich in die Küche. Die leere Chipstüte werfe ich in den Müll. Die leere Chipstüte werfe ich in den Müll. Auf dem Tisch ist ein Fleck. Auf dem Tisch ist ein Fleck. Ich hole einen Lappen. Ich hole einen Lappen. Ich wische den Fleck weg. Ich wische den Fleck weg. Ich lege meine Kleidung in den Schrank. Ich lege meine Kleidung in den Schrank. Meine Jacke hänge ich an die Garderobe. Ich wechsle die Bettwäsche. Ich wechsle die Bettwäsche. Jetzt ist mein Zimmer ordentlich. Jetzt ist mein Zimmer ordentlich. Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber. Geschirr spülen Nach dem Essen spüle ich das Geschirr. Meine Spülmaschine ist kaputt. Meine Spülmaschine ist kaputt. Ich wasche das Geschirr mit der Hand. Ich wasche das Geschirr mit der Hand. Im Becken ist warmes Wasser. Im Becken ist warmes Wasser. Ich gebe Spülmittel dazu. Ich gebe Spülmittel dazu. Nun wasche ich das Geschirr. Nun wasche ich das Geschirr. Ich fange mit den Gläsern an. Ich fange mit den Gläsern an. Zum Schluss wasche ich die Töpfe ab. Zum Schluss wasche ich die Töpfe ab. Ich trockne das Geschirr ab. Ich trockne das Geschirr ab. Ich nehme ein Geschirrhandtuch. Ich nehme ein Geschirrhandtuch. Das Geschirr ist trocken. Das Geschirr ist trocken. Ich stelle es in den Schrank. Ich stelle es in den Schrank. Bad putzen Ich putze heute das Bad. Für die Toilette nehme ich Reiniger. Mit der Bürste putze ich die Toilette. Mit der Bürste putze ich die Toilette. Jetzt ist sie wieder sauber. Jetzt ist sie wieder sauber. Die Dusche ist sauber. Die Dusche ist sauber. Ich brauche sie nicht putzen. Ich brauche sie nicht putzen. Das Waschbecken wische ich ab. Das Waschbecken wische ich ab. Da klebt Zahnpasta. Da klebt Zahnpasta. Ich entferne sie mit Scheuermilch. Ich entferne sie mit Scheuermilch. Das Waschbecken glänzt. Das Waschbecken glänzt. Ich wische den Boden. Der Reiniger riecht nach Orangen. Der Reiniger riecht nach Orangen. Ich koche für meine Familie. Ich koche für meine Familie. Ich koche Gemüse. Ich koche Gemüse. Heute gibt es Karotten und Erbsen. Heute gibt es Karotten und Erbsen. Zuerst schäle ich die Karotten. Dann schneide ich sie klein. Dann schneide ich sie klein. Ich koche Reis. Ich koche Reis. Ich esse sehr gern Reis. Ich brate Hähnchenfleisch. Ich brate Hähnchenfleisch. Meine Tochter ist Vegetarierin. Meine Tochter ist Vegetarierin. Sie isst kein Fleisch. Sie isst kein Fleisch. Ich würze das Essen mit Salz und Pfeffer. Auf das Gemüse streue ich Petersilie. Auf das Gemüse streue ich Petersilie. Pflanzen gießen. Ich habe Pflanzen in der Wohnung. Ich habe Pflanzen in der Wohnung. Sie brauchen Wasser. Sie brauchen Wasser. Ich gieße die Pflanzen. Ich gieße die Pflanzen. Die Blume blüht. Die Blume blüht. Die Blume blüht. Ich gebe den Pflanzen Dünger. Ich gebe den Pflanzen Dünger. Sie brauchen frische Luft. Sie brauchen frische Luft. Ich lüfte das Zimmer. Ich lüfte das Zimmer. Die Pflanze ist gewachsen. Die Pflanze ist gewachsen. Ich muss sie umtopfen. Ich muss sie umtopfen. Ich hole einen Topf. Ich hole einen Topf. Ich hole frische Erde. Ich hole frische Erde. Ich hole frische Erde. Ich hole einen Topf.